Es geht nicht so gut aus, dass wir da sind. Aber wir haben uns nicht so gut. Jetzt läuße ich dich. Ja? Na gut, kannst du nicht mehr zu machen. Und jetzt nicht mehr zu arbeiten. Jetzt gerade spricht. Wirst du nicht mehr zu kaufen? Jetzt sind wir alle Kälte. Das ist ein bisschen Schmerz, ja. Ja. Weißt du, das sind drei Posen und die müssen noch teilen. Ja. Jetzt geht's nicht, von innen geht's noch nicht.